Anna Wilken und Sarkis Adamian sind trotz ihres unerfüllten Kinderwunsches überglücklich. Das Ex-GNTM-Girl und ihr Freund haben sich verlobt. Seit über sechs Jahren sind das Model und der Fußballer jetzt ein Paar. Schon lange haben die zwei einen großen Traum. Sie wünschen sich ein Baby. Doch bisher sind alle Versuche in einer Kinderwunschklinik erfolglos. Erst vor ein paar Tagen offenbart Anna niedergeschlagen, dass ihr letzter Schwangerschaftstest wieder negativ ist. Deshalb nimmt sich das Paar erst einmal eine Auszeit von der Babyplanung. Und urlaubt aktuell in Spanien. Dort wartet am Dienstagabend eine Riesenüberraschung auf Anna. Sarkis macht ihr einen Heiratsantrag. Vor einer super romantischen malerischen Kulisse hält der Kicker um ihre Hand an. Anna ist zwar total baff, sagt aber begeistert ja. Einen Tag später darf es auch der Rest der Welt wissen. Auf Instagram präsentiert die Braut in Spee super stolz ihren Verlobungsring. Ihre Fans und Freunde flippen bei diesem Anblick und den wunderschönen Neuigkeiten natürlich total aus. Auch viele Stars gratulieren. Darunter Ex-Bachelorette Nadine Klein, Moderatorin Kathi Hummels und Influencerin Lisa-Marie Schiffner. Natürlich tummeln sich unter dem Posting zudem an das geliebte GNTM-Girls. Ihre Kollegin und beste Freundin Betty Taube fordert spaßeshalber eine Hüpfbock für die Hochzeit ein. Und Vanessa Tamkan verspricht schon einen krassen Junggesellenabschied. Beide Mädels wissen, wovon sie sprechen. Sie sind bereits glücklich verheiratet. Betty wird im Jahr 2016 die Frau von Fußballspieler Koray Günther. 2019 wiederholen sie ihr Gelübde. Vanessa heiratet ihren Mann Roman ebenfalls im Jahr 2019. Auch Anna weiß schon früh, dass sie eines Tages mit Sarkis vor den Traualtar treten will. Als Promiflash sie im Jahr 2018 darauf anspricht, verrät die Beauty... Meine Freundin und ich sind jetzt dreieinhalb bis vier Jahre zusammen. Ich weiß nicht, also momentan, ich bin jetzt 21. Ich würde bestimmt nicht Nein sagen, wenn er mich jetzt fragen würde. Definitiv nicht. Aber das ist für mich irgendwie noch so weit weg. Andererseits denke ich so, was ändert eine Ehe. Also es ist eigentlich was Schriftliches, was ändert das. Aber keine Ahnung. Also mal schauen, was so die Zukunft gibt. Tja, tatsächlich bringt die Zukunft ihr rund drei Jahre später einen Heiratsantrag. Wann und wo sich die beiden ihr Ja-Wort geben wollen, ist noch nicht bekannt. Doch wahrscheinlich fällt die Feier eher intim aus. Im Promiflash-Interview spricht Anna nämlich schon über ihre Wunschvorstellungen. Die Hochzeitsvorstellungen, ja, ich hatte auch so eine Kleidvorstellung. Und ich hätte es sehr gerne im familiären Kreis, nicht so groß, mit meinen Liebsten um mich herum. Wir halten fest. Anna und Sarkis heiraten vermutlich in kleiner Runde. Betty und Vanessa sind bestimmt auch mit dabei. So wie eine Hüpfburg. Wenn das mal nicht nach der perfekten Hochzeit klingt.